KATE KOLWITZ und starb 1945 im Alter von 77 Jahren in Moritzburg bei Dresden. Sie war mit Karl Kollwitz verheiratet und hatte zwei Söhne. Käthe Kollwitz' Werke sind durch ihre kraftvollen, emotionalen Darstellungen von sozialen und politischen Themen gekennzeichnet. Ihre Werke thematisieren häufig Themen wie Armut, Krieg, Unterdrückung und Gewalt. Sie war vor allem für ihre Holzschnitte, Zeichnungen und Radierungen bekannt und hat auch einige Gemälde angefertigt. Ihr Zyklus »Ein Weberaufstand« beispielsweise zeigt einen fiktiven Weberaufstand, der auf das Elend der Arbeiter hinweist. Ihr Kollege Max Liebermann war davon sehr beeindruckt. Sie war auch als Künstlerin und Frau in einer männerdominierten Kunstszene erfolgreich und hat sich für die Gleichstellung von Frauen eingesetzt. Untertitelung vonектор gente z.B. Untertitelung von der romance Hier ist die Niveau hoch boat. Das ist die Niveau hochgefallen, die Niveau aufstrichstelle. Oder hier ist die Niveau hochgefallen, die Niveau hochgefallen, und hüose Hofband, oder hier ist die Niveau hochgefallen. Und das ist alles gescheidend oder nicht mit der Niveau hochgefallen ist. gescheidende pourtantен wanted fällticoe, weiter,